I'll wake up to a- Hallo Meg? Meg? Hast du mit deinem Leben abgeschlossen? Hi! 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 Du! Hey! Hi! Hi! Dann, bitte, wenigstens, damit, ein Wort, reich! Das ist Huntress, hörst du das? Hörst du das? Die ist voll in unserer Nähe! Hey, dass ihr mit dem Rücken, dass ihr nicht in den Kellerschick kurz reingeguckt habt und es komplett der Keller ist oder so, das ist schon... Boah! Ah! Genau! Naja, egal! Elodie ist in Gefahr! Weißt du Meg? Wenn wir gerade so richtig ruhig den Jen machen, auf dieser schönen Map, ist Elodie gerade am schwitzen. Lachen Sie auf, diese Faxen zu machen! Hallo! Hallo! Wollen wir spielen? Jaaa! Wuuu! Komm! Ey! 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 Gar nicht. Gehen wir uns zum Gesangsunterricht oder so. Hast du mit oder rettest du? Jo, tschüss! Na kommst wieder! Hat dir meine Gesellschaft gefallen? Hi! Liebst du was? Wir sind Freunde. Jetzt unterstrich 271083. Wir sind voll. Wir sind Freunde. Wir sind Friends. Wo ist natürlich der andere? Der müsste seinen Buddy mal holen. Rennen doch nicht so viel. Vielleicht ist das Rennen doch... Oh mein Gott! Das ist doch noch ein Schien zum Mech zu gehen, oder was? Nein! Aufpassen! Oh, das war knapp. Sie sehen mich, oder? Ja? Und was jetzt? Oh mein Gott! Okay, ich dachte ich kann sie baiten, aber ich habe mich jetzt geguckt. Hallo! Sie guckt auch nicht richtig! Das ist toll! Oder sie hat irgendwas gehört. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Woher wusste sie das? Was? Bruh! Nein! 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 Geh weg! Das war mega knapp. Mech, haben sie das gesehen? Das war mega knapp. Ja, die macht Murak. Die weiß ganz genau, dass da ein Kumpel vor mir drin ist. Mech! Ja, sie muss jetzt oben. Oh nein, sie hört beide. Ich sehe. Ja, jetzt guckt sie nach dem Geschenken. Mech, du bist nicht mal so sicher. Oh nein, Mech! Oh nein, Mech! Ich hoffe, dadurch, dass ich da hänge... Oh nein! Mech! Mech! Grüß dich! Tschüssi! Wir müssen Mech befreien. Mech ist der wahre King hier. Bitte! Mech, befreien! Mech bringt uns zum Win! I see that! In your eyes! Mech! Mech, hör auf, noch versuche zu machen! Oder machst du am Pillman, wie ich immer. Ja? Nein, hör auf! I got you! Ja, ja. Wo willst du hin? Wo willst du hin, Mech? Mech, Mech! Mech, Mech! Mech, Mech, Mech! Mech, Mech, Mech! Man sieht immer alles nicht, oder? Ist gut. Nicht die Mech! Mech! Mech, Mech! 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 Kein Ton! Mech! Mech! Oh mein Gott! Edudy! Das ist mega auffällig! OOO 갈! Haare scharf! Da wolltest du grad mein Ess abschneiden! Habs genau gesehen! Hilfe! 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 Ich bin denn zu weit weg! Geholt dich nur raus! Oh mein Gott. Hi! Und das ist die Treppe! Hey! Ja, ja, ja! Kannst du mit dir? Bitte? Hey, ist das dein Ernst? Das ist nicht mein Ruck? Deswegen mag ich die anderen nicht, außer Mac. Mac war toll! Ich hoffe, die guckt mich mit Zoom. Halt doch auf! Wieso berichst du ab? Du stöhnst mir alles voll! Du stöhnst mir alles, alles, alles voll! RENN! RENN! Here we go! Ich will die Elodie! Ich will die Elodie! Bitte! Einfach! Ja, sie muss jetzt mit dir nur woanders sein. Jetzt Batman, ne? Und weil der so scheiße, weil mich nicht hierhin wollte, dass ich mir ein bisschen Zeit... Weil wir müssen ja nicht all in gehen, ne? Okay, wir müssen uns jetzt komplett konzentrieren. Ja, 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 er will halt das Weg gewinnen, oder? Also, ich schätze das mal so. Wenn nicht, wenn er jetzt richtig asozial wäre, wenn ich das verkackt habe, dann würde es mir leid. Aber ich habe euch mir die auch noch gerne angeguckt. Ich weiß nicht, wo die Hedge spawnt. Wir wissen jetzt ein bisschen... Was ist das? Ja! Ne! Ich weiß nicht, dass du den ganzen Tag nicht chasen, ne? Geh weg! Geh einfach weg! Geh einfach weg! Ich weiß nicht! Nein, das Klingel vom Zwitteln ist. Kannst du dich auch machen? Kannst du nicht aufmachen? Hast du nicht? Oh Gott! Ja komm! Ja, GG! Ja! So, das war's für mich und es war Daylight. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ich kann mich gerne abonnieren. Und dann sage ich, haut rein, fröhlich sein und tschau!